Hallo YouTube, was geht ab? Ich war ein bisschen inaktiv. Ihr wisst Bescheid, zwei Jahre. Fame, wie ist das? Muss wieder Geld machen. Ja, YouTube-Para ist ein bisschen leer geworden. Ist alle. Aber ich hoffe, meine aktiven Kunden sind noch zu. Das heißt, ich und Jeremy, manchmal Luis. Luis weiß bestimmt nicht mal, dass es mein Endeffekt ist. Doch, doch, er weiß das. Es gibt natürlich 5.000 Abos hier. Es gibt keinen Menschen, der das nicht guckt. Ja, genau, das würd ich sagen. Ransch abgehoben und so. Dog-love-award. Ich glaube, das muss ich dissenchatten. Warte mal, ich muss noch... 6 Tower kaputt machen. Krieg ich irgendeine Herausforderung. Scheiße, ich wollte gerade meinen ganzen Mastery-Champions flexen, aber... Match accepted. Aber nein, right, Gabes. Scheiße, ich muss ja schreiben... Scheiße! Nein, kacke! Haha, First Jungle, haha. So, was für ein Skin spielen wir denn? Äh, mit meinen ganzen Lesin-Skins-Spexeln. Skin-Mords ist leider nicht auf dem Neus entstand, deswegen muss ich das hier benutzen. Deswegen werden sie hässlichen NOS-Skin sehen. Äh, äh... Funderlords oder Predator? Äh, ich würd Funderlords nehmen. Äh, ich würd Funderlords nehmen. Äh, ich werd eh nicht so viel roben wahrscheinlich. Jaaa... Huh-h-h-he-h. Ich wär ja bei Link-Hampen. Ah, wäre gut. Dann nehm ich Dingens, wer ist die Kacke? Prince of Mind. Äh... Ich hab auch Dingens hier... Halt ich mir Tantra, glaube ich Yes My DADDC ist AfKar Bis jetzt? JEMZIKOTA Im Clan Bader Shiro King Und TYT Eins oder zwei? Ja, nevermind Ich habe aber keinen Bock zu cutten Das heißt, ich werde ja mal die ganze Zeit am Stück lösen So ist mich Top-Lane Me Drangle first I don't care So Haben wir schon mal für eine gute Atmosphäre gesorgt Gar nicht Toxic, Digga Lädst das hoch, irgendein Riot-Typ sieht das und Ist gebrannt, Junge Ist auf irgendein Rioter mein Video Jaa Bist auf fame Mord der Geiser Ich glaube ich nehme Warte? Ich habe lange nicht mehr gespielt Alter, ist das nicht sein Ernst, oder? GM Shikota joined the lobby I am first Fake Fake Chinese Fake Video I am frisst Mh 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 Ey, nicht sein Ernst, oder? Toll Was soll ich jetzt machen? Reiß Haus Rist Wir sind Support Wir sind Support I go sub Ne, der Ringer hat's abgenommen Ja, ok Er hat Support Er hat Dingens Exhaust Nevermind Schreib mal Nevermind I am jungle You dick Scheiße Yoga Das Video geht 30 Minuten In 20 Minuten sind wir einfach in dieser Kackwartenschlange hier Scheiße Ich habe nicht eingestellt, wo es abgespeichert werden soll Weil ich auch auf meinen anderen Festplatte da kein Speicher Jungle Heißt, ich habe OTP geschrieben, ja top first, ist mir egal Ja, Jungle first Ok, er hat wieder Jungle TR war Jungle first I am jungle you dick Was geht das wieder los? Na, das wird lustig Willst du meinen krassen Yasuo Plays sehen? Ja Weißt du, ich bin Gott auf dem Champ Kapakipo Doch, doch, mach mal Dann siehst du deinen Yasuo vor 2 Jahren Ne Wenn wir das Video in 2 Jahren angucken Deja, ich bin scheiß auf der Suche Ich habe den seit 2 Jahren nicht gespielt I don't give a shit Yes You crazy? Oh, ich habe hier diesen Skin Oh, geil Ich habe hier diesen Skin Das muss ich hier gar nicht Guys, how is frisst Dschungel? How is Alter You crazy? Shiro King, mach doch nicht den MLS I am don't play ADC I am don't play Alter 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 I am don't play ADC I am don't play ADC TYT TYT TÜT Shiro King Magotte Magotte Ich werde glaube ich eigentlich Sin Only Kanal machen Ich habe hier einen Rekka und im Clan Yasuo Ah, und gegen den muss ich wahrscheinlich spielen Ich muss gegen... Ich kriege... Oder das ist so einer, der keinen Dings haben will So und nicht so... Du musst es immer gemein spielen Ach, ach Wir haben voll die Vombo-Combo 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 Guck mal Oha Oha Steh einfach da und drück auf dich W Ok Ok Ok, cool Das ist very useful Hört man die S-Bahn Hm Hört man sie? Junge, wir werden uns in zwei Jahren dieses Video angucken Und erstmal wundern Warum haben wir die Kacke eigentlich nicht neu gemacht? Junge Junge Das war jetzt einfach eine fröhliche Stunde Champ Select Alter, Junge So Ey, ja, ja Gut, dass ich diesen Skin hier genommen habe Bis genau vor zwei Jahren habe ich genau denselben Ist ja auch der Beste Meiner Meinung nach ist der Muay Thai der Beste Aber Ey, ich hasse ihn, der ist so richtig Ugly Warum? Der ist voll geil, der läuft auch voll geil Wisst ihr meinen Namen von Von der Diana durch? Pim de Kasek Aha Oh, du Pussy Du bist aber Du bist wirklich Du bist so richtig Du bist so richtig Seit wann hast du Yasuo Level 7? Ich hatte Yasuo als erstes Level 7 Nein, ich hatte ihn vor dir Level 7 Also ich hatte als meinen ersten Jab auf 7 Achso Ha, mein Fuß Thanks Thank you Die alle so reinpushen Ja, 58er pingel Man, push rein du Olsch, alter Was ist denn was mit der? Alter Shit Mitteln ist tot Geht der super los Guck mal, er hat noch kein Blue Na egal Alter Alter, ich bin kacke Ich bin scheiße Ach man Warum nämlich Immer wenn ich die Sinvios aufnehme treffe ich keine Q Ja, jetzt kommt von dir ja und du hast doch sowieso keine Hast du mich schon abgenommen Guck bitte einfach nicht hier hoch 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 Doch mach ich jetzt was Ich war nur in AQs North America North 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 Mit F Kannst du bitte die Krabbe machen? Ah, die Alte hat keinen Mana Hehehe Fick dich du Mistviech Wieder keine Q getroffen Man Ich glaub unser Mitlein ist für ihn lasst Ringer Support Ist jetzt eigentlich Sportlane ja so Froggy 9-6 Sporting an Ich hab schon wieder die Q nicht getroffen Ich hab schon wieder die Q nicht getroffen Jetzt entweder bin ich kacke Oder sie ist Gott Also so wie sie spielt Bin ich kacke Hight Ja sie lass dich bisschen mit dir am chillen Also Sehe ich Bisschen Gremten auch Was versucht die denn die ganze Zeit Hight 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 Oh in vorne Ja Hight Mh das sind scheiße na stimmt kannst Nash stehlen mhm, mitleinträchtig auch nicht hm, hab ich gesehen wie? was willst du denn? ich hab den cannon minion nicht bekommen was ist denn da los hier? sag mal die alter hat kein tp mitleint passiert nichts können die sich mal poken oder irgendwie so du musst los die fuck mich ab ich muss rein schaden macht sie denn? schaden macht sie denn? oh fuck stirb du nicht ah, jetzt weiten sie sich jetzt willst du das nicht guck mal jetzt hoch hier, ich hab holt i don't have ich mach erstmal den drake jetzt äh das scheiß Geräusch wenn der drake stirbt äh das ist bei Baron öh ich wollte Toxic sein in dem Video really? die hat ein bisschen close über, äh, überlebt die Diana scheiß Uri, äh warum ist unsere Uri eigentlich so kacke? schön, es gibt hier zwei ja die eine die eine fuckt hier oben ab die andere intet in unser tp macht deren hier hm kann ich in Ruhe zurück machen oh bot lane das hat vergessen dass ich die Windwall hab ich glaub ich bin gleich tot ja ich bin tot oh no, meitzies kacke hm bisschen boosted aaaaaaah pssch scheiße verpiss dich ohhh ey wie die mich diven wollten ey wie die Bastarde mich diven wollten ich bosten ich clear bot side dann geh ich base ja der ist auch dieses draven ward ne ja ich glaub der hat dann nur crux gemacht der sieht aus bot lane trapp den Busch diga das ist dringend der normal trapp den Busch ey ich will nicht mehr gegen Uri spielen hm hm ey komm komm Back Fuck Fuck Warum mach ich jetzt den Blue? Wenn er kommt, dann geh ich hin Soll ich mitkommen? Mh mh Oh die Rutsch Rutsch mal rein Ah hier ist er doch Ich komm mal Du kleppst sie Ohhhh Oh die kommt ne Ok du kleppst sie wenn sie kommt Ist Mastery gemacht? Ja normal Indem ich Mastery auf Tastatur hab gehts auch viel schneller Nicht mehr auf STRG 6 Alter Woll ich check nicht Warum hat Hä? Wie hat sie Wie hat sie die erste Gilt Ja Warum hat man nicht auf Tastatur irgendwas Weil Dings ist ja nichts eingeschillt auf Tastatur ne So hier ähm Tastatur Auf Leertaste Na Ja das ist du wahrscheinlich Ja Shut down Ahem Zieh er erst mit da Du bist ja so spieler ich brüsch jetzt einfach nur rein die ganze zeit Yo, alle drei hier, was ist das? Ja, natürlich bin ich tot. Junge! Grundsöhne. Angst vor mir. Osama bin im Laden. Was? Ist mir gerade mal so eingefallen. Ah, der Silas hat im Klantek der Laden. Das Geräusche von Rengar. Miau! Wer hat geultet? Und die laufen in den Tower. Hä, warum geultet der? Ist der dumm? Hauptsache er ultet, bleibt trotzdem im Busch. Ozean-Draker. Ja, er ultet, läuft zwischen die Busch hin und her. Wann tut IQ. Ich werd ne Kill bekommen. Und nicht die Ori, das reicht mir. Demacia! 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 Aha, Kegelklaut! Demacia! Verrecke! Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm, mhm. Tu wieder Half-Life? Ja, jetzt mit der Halten. Ich werd alle Blue Buffs nehmen. Ich glaub, unser Mittler hier noch sackt. Oh, Ozean-Drache! Mhm. Nice. Der Skindesfolger, ich wusste gar nicht, dass ich den hab. Okay, sie hat kein Ult mehr. Wo sie da jetzt geultet hat. Ja, sieh, das ist hier deswegen. Bastard. Ey, das sind doch Safe-Premates. Das sind Pack-Knappen. Ja, die ist auch hier. Junge, die sind zu dritt wieder hier oben. Uri macht nicht. Was ist denn das? Ja, Digga. Ich, äh, hocke jetzt hier unten am zweiten Turm. Hm. Hm. Ja, Digga. Ihr bekommt nicht nach Tower-Fürst, ne? Ihr Volltrottel. Hm, na. No, I don't know why they come here. It's the hunting-noobs, I guess. Oh my God. heute ist ein Kind, das ist ein Kind. Nee, das ist nicht so nett. So, was meine ich? Da geht's. Cool. Hier ist es, Dere. Ehe ist es, Dere. Töte ihn Ah, ich bin schlecht Töte dich Ich glaube Scheiße, die Diana kommt Ich bin so schlecht Old Q verkackt Das ist mir damals in dem Video auch passiert Bei Jeremy's Gang Was sagst du damals, als wärst du vor 10 Jahren Ups, die alte ist schon wieder hier Ups Fotze Schon wieder hier Rengar Drück weh, du Dummkopf Spideway, das ist doch immer, dass die Oriana nicht assessed hat, ne? Ja, die ist auch behindert Nur, sie hat in die Kuh von der Wasserflasche Wie du gestern Oh, sie hat so ein Zelt in der Wasserflasche Ne, wär ich zurückgelaufen, wär ich totgelegen Also unsmooth, der Wardjump Welch Dings, ich hatte Lockcam, glaub ich Deswegen Kann auch nur mit Wardjump Wenn man keine Dings hat Sonst ist es richtig unsmooth Das ist ein Bastard Die Lug steht 2,8 Lug Chainlash, 644 Damage Ey Nur um abzufacken Steht 2,8 Steht 2,8 Macht, äh, wir können Damage machen Wird lieber abfacken Ah, die hat sich das geholt Fiendisch Kodex Das heißt, sie holt sich so nie aus Wie heißt das? Fiendisch Kodex? Kann ich Rapper? Ja, ja, kannst du machen Fiendisch Kodex Kannst du aufzuhren aufmachen Ren gemacht, Rotbuff Stirb jetzt so Was will der? Du kann... Er kann doch keinen Dian noch halten Nächster Drake, Mountain Kommen sogar für gute Tricks Ja Unskommandor und welcher Toplane Hm Oh, sie hat den Level 13 Soll mal helfen kommen Sposten Hier, help, help Ich bin dumm Schaden macht sie Ich mach mal Steine Ey, die Ori ist irgendwo Topside, ne? Oh, ich mach mal Steine Boom, weh, alle Tasten Irgendwie ist das Game richtig, richtig komisch Ja Ja Ich muss gegen 5 Leute spielen Mit Lehn Tower ist immer noch nicht down Ja, mein Toplane Tower ist schon down XD X-D Ich glaub, Drake hätte zu machen Ist ein bisschen lustig X-D Ich glaub, die kommen jetzt wieder hier hoch Okay, Diana ist schon mal unten Wer ist tot Wir sind doch so richtig unnötig gehealtert Oh Wie hat diese Q nicht gehealtert? Wie hat diese Q nicht gehealtert? Ja J-Job my kitty Aaaaaaaaah Äh, hier oben ist n'jah soo Denkst du, ich klapp ihn ja? Ich klapp ihn ja, ich klapp ihn Äh, Flul Ups Die hat keiner gesehen Außer die im Video Ja, was hat er denn versucht Also in dem Video empfehle ich sehr viele Q's mit und ignoriere das einfach dann in zwei Jahren. Digger der Typ hat versucht einen Autotech von mir zu flashen. Oh scheiße. Ich bin auch noch losgelaufen. Jetzt so ist die Kacke gar nicht mehr an hier OBS. Das wird erstmal nachgeprüft. Doch wir. Aufnahme stoppen steht da. I will test the limits of my Divinity. Your team has destroyed a turret. 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 Ich weiß noch nicht warum die es Turret genannt haben. Turret. Legit jeder Mensch auf diesem Planeten sagt Tower, Raid Games, Turret. Der ist schon wieder hier oben. Was baut denn der eigentlich? Wer? Yasuo? Yasuo. Guck doch mal. Ok. Ich glaube er wollte ein bisschen Livestay haben und konnte sich nicht mehr erfolgen. Also für ihr. Ompf. So it's a fair 1v1. From Yasuo vs Yasuo. Oh. Oh. I do nothing for the video. Oh. The Montage play. Ist der kleine Yasuo xx hier hallo? Mit der E sein Passage kaputt machen. Oh was macht die alte schon wieder hier? Dann Tornado den er nicht dodgen kann um dann um zu ulten. Äh. Alter. Der Grump ist Dodge King, Alter. Grump. Der Grump kann besser dodgen als der er so. Aaaaaah. Oh nee. Jetzt hat er meine ult. Yasuo ult. Ach stimmt. Ich kann die Kacke ja ult wollen. Warte. Ich hab Flash und ult. Komm, 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 komm. Ich bin wohl. Er ist alleine. Ey. Dumme Ehe. Smite. Slow. Oh mein Gott. War ein bisschen los. Ich hab EQ gedrückt und gerechts klickt. Alter. Wie ist er low? Ich bin low. Gut, dass wir nicht leben. Gell. Toll. Team macht ja mal was. Boah. Team fuckt mit Lander. Schau mir jetzt SCAR. So, Reifstil. Schau mir jetzt SCAR. Wut? Ich kauf mir jetzt SCAR. 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 Oh mein Gott, du grüßes SCAR. 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 Oh Junge, das wird wieder in dieser cringe-momente in zwei Jahren. Ich seh's jetzt schon. Jetzt ist erstmal nicht so heftig cringe. Flaschläge. Jetzt geht's wieder. Scheiße. Ich hab voll die sicke combo gemacht, aber sie tanken irgendwie von dir. Der jetzt muss schon wieder hier. Hallo. Ja so. Ne, du nicht. Ey, warum hab ich keine Q-Stacks bekommen? Oh. Wieso Montage-Play? Holt nicht. Scheiße. Oh, lol. Nevermind. Oh, ich hab alles auf Video. Ich hab alles auf Video. Boah, was willst du tun? Easy. Oh mein Gott. Too easy. So, ja, by the way. Easy. Easy. Game. Too easy. Ja, gg. Äh, gg für non-toxic on YouTube. Ja, ja, natürlich. So, soll ich jetzt Aufnahmen stoppen? Ja, ne? Ja, ja. Mach mal noch einen. Ich stehe vor mein Audio und mein Audio ist nicht drauf, oder? Ja, ich bin da nicht einfach, was ich schmun мне da ist. ig wäre, ich habe immer wieder zu passen. Ich bin da nicht sicher, kam aber noch nicht so ein bisschen das gemacht. Dann, ja. Dann, ja. Dann, ja, dann...